Der ruft mich die ganze Zeit an, Alter. Oh, sorry, Basti. Hi, ich bin ein Zuschauer. Mann, ey, du zackst übertrieben ab, Alter. Kannst du nicht mal meine Privatsphäre respektieren? Du hast meine Dono nicht vorgelesen. Mann, aber das gibt dir kein Recht, mich einfach anzurufen. Aber ich hab dein Bedline-Cape gekauft. Mit dem Code Basti.grg. Das neue? Mhm. Und die Wings? Mhm. Das Schild auch. Ja, okay, dann können wir ein bisschen reden. Okay, nice, fresh. Meinst du, wir können vielleicht mal zusammen im Team-Speak chillen? Und du gibst mir ein paar Tipps fürs Streaming? Dicke, ich will talk, andere Streamer hätten schon längst die Cops geholt, ne? Bro, hast du Bock, dass wir zusammen ein bisschen Badwatch spielen? Sehr. Weißt du, meine erste Donation war einfach, die ich bekommen habe. Kevin spielt allein im Hotelzimmer auf seinem Laptop Badwatch. Dicke, ey, ich hab mir gedacht, okay, jetzt geht's wirklich los. Nein, es geht ja nur darum, dass wir zum Ziel kommen. Und das Ziel ist, dass... Minecraft durchzuspielen! Ja! Und damit herzlich willkommen zu der neuen Minecraft-Challenge! Minecraft-Challenge, heute schneide ich mir für jedes Herz, dass ich verliere einen C ab. Oh no! Dazu hat mir mein neuer Sponsor ein paar Scheren bereitgestellt. Yeah!